ja willkommen mein name ist dann die welt und ich begrüße euch zurück zu let's play king nummer zwei feine mix in als folge haben wir jetzt an zum sagen haben wir sammlers eine reingegeben und zwar in der welt der niemals war und jetzt sind wir hier wieder in der arena des olympes und wir haben noch einen neuen cup freigeschalten ich komplett vergessen habe und zwar dem neuen cup ich weiß nicht wie lange der geht ob er jetzt 50 dinge geht so wie der haus gab damals aber ja der ist turniervorgabe level 55 habe ich sagen dem machen wir doch mal heute aber schon irgendwie schaffen da gehen keine besonderen regeln gab die regeln wechseln sich immer ab aber ich bin mir jetzt nicht sicher weil ich mal 50 dinger sind in 100 andere zielvorgaben und hält andere war schon bereit ok 101 weiß dass nicht die fläche gibt wahrscheinlich manchmal erfahrungspunkte das ganze ein bisschen schlimmer macht immer memoir ausgerüstet wenn wir uns nie überform verwandeln können und da muss ich aufpassen ich glaube das ist gar nicht mal so einfach aber bis jetzt ist es noch schuldig und die erste runde schild wird das gedacht immer was macht haben doch nicht genie in der überform gezeigt man ja sogar in der überform der macht natürlich auch alles fällig das was die überform perfekt zusammen eigentlich einfach nur total zerstörung sie gegner vollzeit aufläuft hat kein ding aber ist echt nur jede runde ein ding aber das könnt sogar knapp werden wo wir lassen ja wo den töten man mir ja beinahe ist vermesselt die krise nein das müssen ausgerechnet die fücher kommen da ist vielleicht mal so einen blöden ding getroffen ich sehe doch noch was angst ja du mein gott war viel zu knapp zwei punkte noch übrig hier sind die nervigsten von allen an man schieb mir immer zwei also wir müssen noch nicht mal angreifen die greifen für automatisch mit dem blöden feuer bellen weil ich voll dämlich finde noch mal ähnlich fegefeuer einsetzen wie meiner löwen form aber ja leider keine erfahrungspunkte kriegt kann man hier die formel nicht auf da hat mich ein bisschen aufregt aber sehr gut man ja gut wie sie denn einfach mit einem schild ausgebaut da kommen wir noch nicht genau so schlimm wie die einen nicht so schlimm aber auch fast verleidend blitz das ist glaube ich nicht effektiv gegen die tun die fuckern auch dingens geben medaillen naja naja oh mein gott hört bis jetzt schaffen wir halt noch das war einfacher mein gott ich habe ja voll wenig zeit also da sind nur die beiden war man immer auf dem weg könnte ich allerdings einsetzen der eure situations dingen ja genau ich hab drei gedrückt man ja ich war gedrückt und ich hab schon angegriffen noch alles geht nicht kaum bis die zeit warum man nicht bei dem stadt ich habe mich so gefeuert in der dingsgräufe sonst kann man gehen wollte mich eigentlich verarschen vielleicht von diesen fischern hier kaputt gehe wir haben vielleicht vorstellungen so kriegt man ja nicht erfahrungsmittel ganz ehrlich mein auftabeln ist nicht so schwer wenn man der welt niemals war trainiert aber trotzdem man muss doch nicht im dunkeln o mein gott die autos sind natürlich auch voll nervig so schnell erledigen er wird ex geht er wieder durch und ich kann nichts machen währenddessen ich komme meist auch muss ich meinen gegner treffen und weiter meine kommen aus zu füllen ja war mein gott ehrlich den angriff die ganze zeit machen und die dann voll umsiekt weil ich finde voll kacke letzten daten ausgedacht warum das jetzt ist auch du war noch rad ist nicht etwa bedroht fühlen oder so ein gegner dem angriff nichts ausmachen oder was aber ja hier hast du solche gegner danke ja 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 ich will nicht auf euch es ist auch nicht okay und mit dann schon kaputt oder halt ich klinge damals 1 machen den kampf nicht schwäger machen einfach nur nervt da hatte mich hier reingelaufen ist jetzt einfach kennen wir aufzübchen das war mal hier bleiben du kannst du nicht aus der kampf viel schwieriger machen ja eigentlich nicht aber hier schon mal ich meine war auch nicht schwierig eigentlich um längst schweger vorgestellt wie sind die so die drei ich weiß auch nicht mal und solange er sich hat was auch einer mein lieblings disney filme da haben wir kommen und neubringer mp auflagen und den 2 und wirklich endlos kommen muss das werde ich brauchen für das real kommt ausgezeichnet und schon sagen ich muss einige sachen machen um die ultima klinge zu bekommen ich weiß nur nicht mehr genau was freundlich ist der königswache okay das wird gut wie ich brauche noch zwei eben ruhig was soll es hier ist einfach so ich konnte ihn noch nicht verbessert herstellen naja wofür ich habe für dich item ist ja das ist natürlich sehr geil naja keine items benutzt sondern machen wir jetzt haben wir noch einen kapier ich weiß wofür der recht sein könnte so über form der welt über form der welt wenn wir hat hinter uns ganz schnell den finalen endkampf kann man eigentlich nicht so überpowered sein finde ich jetzt dass er mich jetzt hier da will 60 70 oder so hole das ist kein problem hier kampf den kenne ich in und auswendig also das ist jetzt nicht so ein thema vor allem wenn ich den kampf machen dann will ich genau gewählten also meine gute ihr habt gesehen wie ich es jetzt mal fertig gemacht habe also die organisation 13 mitglieder sind jetzt nicht so hat problem aber ich will die überform hochlevel er wird mich nicht daran händen dann doch mit form ist auch noch aufleveln glaube ich ich bekomme neue letzte mobilitätsfähigkeiten glaube ich das ist jetzt nicht so hat problem so 100 und noch irgendwas ach wir sind hier sehr gut da war ich fertig wo ich glaube ich gehe erst nach unten hin ja ich gehe weiter weiter ich halte mich hier nur unnötig auf und leuten sind ganz viele kleine gegner die möchte ich lieber erledigen ich glaube hier geht dann am schnellsten wie lange hat gedauert hat beim letzten mal wenn man jetzt folgendermaßen das ist ja ganz schnell hier durch solche wie man das am besten macht perfekt 81 haben wir wieder drei formen voll und die restlichen auch total leider tun die gegner nicht hier respond wenn man noch ein gebiet entfernt ist aber das ist ja nicht schlimm aber trotzdem geht er platt machen und ich erfahre du hast nur ein ap aber feiern ja vertont viel mehr schaden machen ja trotzdem irgendwie nur so 20 oder so erledigt auch hier genau welche problem aber da war es war jetzt nicht so schnell wie ich gedacht hätte sind wir dagegen aber jetzt nicht auf planen und ist das level magiekraft da ist sie kann ich nicht drei war irgendwie herstellen oder ich kann mir in diesem ball holen immer an weiß ich wo man die noch mal so her kriegt irgendwo kriegt man die verdammt oft her glaube ich sonst da schaffe ich das noch das war sauber ich mache ja zur weltkarte und jetzt kann ich einfach die drei form wieder füllen ist das nicht geil interpretieren ich weiß nicht wann man keine abilities mehr bekommt aber glaube so zu level 7 oder so bis zu level 67 ist glaube ich maximum da war eigentlich auf screen machen aber weil sie mich immer so hat geführt würde ich anderen irgendwie was vorenthalten die level gab es auch deswegen will ich da alles zeigen ok hier haben wir noch und 62 warum noch so viele meine magie kraft ist jetzt stärker sind halt noch schneller kaputt und einige von denen immer flüchten flüchten wir setzen feiern und greifen gleichzeitig an wie blöde ich finde das richtig geil ich würde keine mat für eine reihenfolge ich hier noch irgendwas machte ich habe eine sache schon machen kann deswegen sollte ich auch gleich für die aufnehmen er hat reich nicht mehr schade ok ja mal eine sache versuchen und zwar könnte ich hier diese pilz versuchen einige von denen ein müsste ich vielleicht schaffen bei mir schild dann kann man aktivieren nachdem man getroffen wird weil ich irgendwie voll dämlich finde aber was soll es manchmal kann das helfen manchmal aber nur manchmal aber nur manchmal danke wir gehen jetzt zum schloss des biestes dann gucken wir mal das schaffe wenn ich irgendwas hier machen kann das erste die pc sind so nervig einer ist eben ich glaube jeder will sein oder aber ist das denn warum habe ich denn nicht jeden ort hier kommt nicht weil ich muss den speichern und jedes mal noch mal neue hier machen aber trotzdem das ist auch nicht gut die helden von million aufleben die limit form fällt mir rein ich bin ja ja da nur kurz zu dem pilz sind aber ich glaube da wird nichts mehr in den part weil ich schon hier werden ich habe so eine passende schwert blöden viecher haut ab ja 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 ok ich werde jetzt heute mit dem pilzen aber auch noch ein bisschen mehr vorbereitung aber nur zu sagen kommen wir machen wir jetzt einige sind so richtig unfair schwer jetzt hallo ich hatte mal dadurch glaube ich da wird auch hier auf wenn ich die dinger kaputt hauen ja ja nein nicht so früh war gar nicht so viel machen das war natürlich jetzt sehr toll ich kann es vielleicht noch zu schaffen wenn ich mal anschreiben und gucken ob ich überhaupt schaffe immer noch nicht aus der heldenform aus manchen auf dem fast maximum aber trotzdem die ganze zeit hier drei kugeln einsammeln manchmal drei konverter naja ja sowas oh видел doch fokus des habe ich nicht genau hin edlung auf den gleichen tempel von damals aber k k p unter wie ausgezeichnen zwei levels32 nachdem ich die ganzen form aber hochgelevelt habe werde ich nicht mehr wenn ich auf screen irgendwie ein bisschen trainieren das war auch schwarz für mich aber mehr auch ganz einfach mal schon ich glaube sollte als offener wende ich glaube nicht so spannend hier zu zuschauen sagen versuchen wir mal kurz glaube ich bräuchte noch die höchste stufe von gleithaber also was mal ich möchte folgen im wind alle charmeure fähigkeiten und dann los habe ich ein charmeure regen wenn ich auch noch ausrüsten vielleicht eine idee da habe ich sogar da muss schon wieder irgendwas ablegen ja nicht vergessen ja ich glaube ich bin schnell genug man fliegt als erstes ich weiß nicht ob das funktioniert da war schon zu lange dauert naja da schaffe ich nicht weiß nicht wie viel ich brauche aber das sehen voll auswendig kennen und so so lange geht aber schon fast zu viel vor 202 nach drei war hier kriegt man die ganzen drei war ja genau wo ich hoffe hat war aber nicht schnell genug kannst du fühlst wenn wir noch mal ganz schnell weil so schwer ist das jetzt hier nicht muss nur wissen wie der fliegt und so und ich habe mich auch ein bisschen doof angestellt gebe ich jetzt ganz offen zu haben ja jetzt von der zwei bitte so heißt denn die ganze zeit anvisiert war immer ein doppelsprung und dann hinterjagd diesen aus dem doppel springer tut man viel schneller gleiten da war schon kamera warum ist die kamera jetzt so gestört gewesen mein gott spart so hoch konnte sie nicht war schon schließen ja schon mal neue rekord es hat immer anders aber nicht gereicht meine güte oder weil er nicht jetzt so glänzt doch das war gut wie sie ab jetzt plus da ist eine waffe für sohn als ich glaube immer wenn man das plus dinge bekommt irgendwas ist mein mikrofon und habe meinen kopfhörern ich habe die magik auf der ich glaube meine aufnahme ist irgendwie komisch aber egal aber ich glaube kann man den jenis tagebuch nachgucken ich habe mal braucht ja und irgendwas ist an meinem mikro ich höre das schon so ist jetzt erst glaube ich spiele 450 punkte wenn wir auf den arm nehmen und dann nehme ich jetzt persönlich 450 punkte oh mein gott dann drohe ich mir jetzt noch schnell ich kann nicht wahr sein das ist mal zufällig schnell da ist noch einer der einfachsten da ist noch einer an Was ist das? ja geht doch dankeschön dankeschön so ein haben wir zwölf viele nach und da ist das was richtig nervig ist da kriegt man irgendwas bestimmt das besitzt plus zählt aber hier kriegt man ob ich drei was und also was ja so zeig mal wo sind ja noch positiv war ich glaube ich weiß wo wir jetzt auch noch schnell sind wir ja komplett fertig glaube ich in der welt aber jetzt schon mal etwas abgehakt einige von diesen pilzen sind einfach aber einige sind so richtig über das boot halt schwer da ist das ding nach oben ja da kriegen wir jetzt noch geht mir aus dem weg so zack hier sind wir fertig der welt wir sind komplett fertig in der welt hier gibt es nichts mehr zu erledigen ja gut wir sind etwas erreicht heute noch mehr wir haben wir alles erledigt beziehungen das kommt also zum schluss gut dann würde ich sagen ich werde den part hier um sie unseren hoch in der nächsten folge von netzpleking nummer zwei feine max wenn ich das video gefallen hat dann hinterlasst doch bitte ein like ein abo ein kommentar oder was auch immer ich sonst noch einfällt in dem sinne sage ich dankeschön für zuschauen und tschüss